Die DHV News vom 11. Juni 2021. Weltweite Razzien, viel Cannabis bei organisierter Kriminalität. Dealer Banks nach Weißvideo zu Chemiegras verhaftet. Herzlich willkommen bei den DHV News und vielen Dank für 185.000 Abos auf diesem Kanal. Heute mache ich mal wieder eine Nahtkurs-Folge, aber vorher noch ein paar andere Informationen. Erstmal ein Hinweis. MrWissen2go, einer der reichweitenstarken Sender aus dem Funk-Netzwerk, 1,5 Millionen Abonnenten, der hat in seinem Video diese Woche sich mit der Frage beschäftigt, wie sinnvoll eine Cannabis-Legalisierung wirklich ist. Ich hatte die Ehre für den DHV, so ein paar Statement-Schnipsel damit reinzubringen sozusagen. Und was MrWissen2go seit Sonntag sonst noch einer halben Million Leute knapp erzählt hat, die das Video schon gesehen haben, bis jetzt, bis zum Dreh dieser News, das könnt ihr euch anschauen. Link zu dem Video in der Videobeschreibung. Und der Kanalmann, der heißt in echt Mirko Drotschmann. Und auf Twitter hat Mirko Drotschmann da nochmal ein Statement zu abgegeben und sich ein bisschen gewundert, dass die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig ein Interview abgelehnt hat mit der Begründung, dass da eine Vielzahl gleichlautender Anfragen käme. Ja, und Drotschmann dann eben auf Twitter, ja, wie viele Anfragen zu einem Thema zeugen doch von großem öffentlichen Interesse. Ja, da gibt man auch dann erst recht Interviews so ungefähr. Und ich für meinen Teil würde noch hinzufügen, dass es normal ist, wenn man ständig nach Drogenpolitik gefragt wird, wenn man Bundesdrogenbeauftragte ist. So, jetzt aber zum europäischen Drogenbericht. Der ist diese Woche rausgekommen, wie jedes Jahr. Also der kommt nicht jedes Jahr, jede Woche raus. Aber diese Woche, wie, du weißt schon, also Drogenbericht 2021. Und da haben wir ein paar Schwerpunkte aus dem Artikel, also haben wir zusammengefasst aus dem Bericht auf unserer Seite handverband.de im Artikel. Da findet ihr nochmal ein paar Details und auch die Links zum Bericht selbst natürlich auch. Und ja, also klar wie immer, ja, Cannabis ist die am weitesten verbreitete Droge in Europa. 22 Millionen Europäer haben demnach in den letzten, im letzten Jahr, also die letzten zwölf Monate Cannabis konsumiert. Aber vor allen Dingen warnt der Bericht eben jetzt auch vor neuen psychoaktiven Substanzen. Und davon ist ein Großteil sind synthetische Cannabinoides, also ein erheblicher Teil dieses Marktes, der NPS, neue psychoaktive Substanzen. Und auch das Problem, dass diese Labordrogen sozusagen jetzt auf normal aussehendem Cannabis verteilt werden. Ja, dass da aufgetragen wird, dass dann das untergejubelt wird den Konsumenten. Relativ neues Phänomen in dieser Größenordnung, wie es jetzt bekannt wird, zumindest eben auch mal im Labor nachgewiesen wird. Das ist eben jetzt auch Thema in der EU und im europäischen Drogenbericht. Ansonsten noch ganz grob zum Markt. Ja, Corona-Zeiten sind natürlich auch da ein Thema. Was hat sich verändert und so? Jedenfalls nicht die Größe des Marktes, nicht so wesentlich der Konsum an sich von Drogen, sondern eher die Handelsrouten haben sich ein bisschen angepasst sozusagen. Also da sind auch da die vielen repressiven Maßnahmen jetzt nicht wirklich zielführend im Sinne von, ja, jetzt konsumieren sie alle nicht mehr, ja, sondern eben nur andere Handelsrouten. Naja, Legalisierung zeigt sich auch da einzige sinnvolle Maßnahme, um gegen diese dreckigen Drogen auf dem Markt irgendwie anzukommen und da mal einen vernünftigen Verbraucherschutz einzuführen. Mehr dazu, wie gesagt, in dem Artikel und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt kommen die Narcos, ja, die ich angekündigt habe. Das ist durch alle Medien gegangen. Diese Woche eine spektakuläre weltweite Razzienwelle. 800 Kriminelle sind verhaftet worden an einem Tag. Spektakulär in jeder Hinsicht. Die Größenordnung der ganzen Aktionen war spektakulär. Die koordinierte Zusammenarbeit der Behörden auch. Ja, scheinbar ist auch nicht viel durchgesickert an irgendwelche Kriminellen, die sich dann nur aus dem Staub gemacht haben. Ja, 800 hat immerhin am Nix davon gehört vorher. Ist ja auch schon mal nicht schlecht bei so einer riesigen Aktion, wo ja dann viele Leute auch von wissen. Und auch die Methode ist spektakulär, die dazu geführt hat. Das amerikanische FBI hat nämlich selbst eine eigene, vermeintlich sicher verschlüsselte App entwickelt und hat die unter Kriminellen in Umlauf gebracht. Also ist ja gerade letztes Jahr schon mal passiert, sodass da das offizielle Gangster-Handy irgendwie geknackt wurde von den Behörden. Ja, und auch Verhaftungsfälle und so. Dann wussten die jetzt alle nicht, was soll man jetzt als nächstes schön verschlüsseltes Gangster-Handy benutzen. Und da sind die FBI-Leute halt mit dem Schlapprot hingegangen und haben gesagt, pst, hier, verschlüsselt und so. Ja, und dann haben sie jetzt halt die ganzen Leute, hat sich dann verbreitet, haben die alles schön mitgelesen, live hat die da so für Morde und Komplotte irgendwie schmieden und so, wie die da die Tonnen durch die Gegend schieben und dann jetzt eben diese Razzienwelle. Das ist natürlich datenschutzmäßig eine Katastrophe, das Ganze. Klar, also wir werden halt erstmal wird, also unabhängig auch von irgendwelchen konkreten Verbrechen, werden einfach grundsätzlich Leute da abgehört, die irgendwie sich für verschlüsselte Kommunikation interessieren. Passt auch ganz gut dazu, dass aktuell gerade diese Woche die Ausweitung des deutschen Staatstrojaners durch den Bundestag geht, wo es eben auch darum geht, ja, mehr Behörden sollen da darauf zugreifen können, sollen den nutzen können, diesen Staatstrojaner. Und da geht es ja auch um Hackerprogramm letztendlich, was die Regierung dann unbemerkt auf Telefon unterbringt, um dann da mitzulesen. Führt auch zu viel Kritik. Gerade in Deutschland natürlich. Deutschland ist sowieso datenschutzsensibel und so. Die Opposition im Bundestag ist schwer am Stürmen und so. Gerade in Deutschland werden allerdings dann bei solchen Überwachungsmaßnahmen auch viel kleine Fische irgendwie, ja, ausgespäht bis hin zu kleinen Drogenkonsumenten und so, wo man sich dann auch natürlich fragen muss, ob das wirklich den Eingriff in die Privatsphäre und den fehlenden Datenschutz irgendwie rechtfertigen kann. Aber das nur am Rande erwähnt, ja, da mag jeder seine eigene Meinung zu haben. Jedenfalls zeigt die Aktion die Ausmeister organisierten Kriminalität. Die haben alleine 250 Schusswaffen an dem Tag beschlagnahmt. Ja, also daran sieht man schon, das waren nicht so die totalen Hippies, die jetzt da irgendwie Hasch aus Nepal holen oder so. Und ich warne ja hier immer wieder davor. Ich glaube tatsächlich, ja, dass dieses Problem, dass das Verbot von Drogen, dass den Schwarzmarkt ja überhaupt erst schafft und Kriminelle unterstützt, kriminelle Organisationen, organisierte Kriminelle, dass das Verbot denen einen riesigen Umsatz zuschustert. Alleine Cannabis-Umsatz in Deutschland, mehrere Milliarden Euro pro Jahr, da verdienen die sich halt dumm und dämlich mit, weil sie dann ja auch den Risikoaufschlag mit drauf packen können und stattdessen Steuern sie sparen. Ja, und da können sie eben die ganzen Waffen zum Beispiel davon bezahlen, um da ihre Streitigkeiten zu regeln und so. Also ein Riesenproblem für die Gesellschaft. Meiner Meinung nach völlig unterschätzt, auch von Cannabiskonsumenten zum Teil, weil die dann, die meisten ja dann doch irgendwie in ihrem unmittelbaren Umfeld, wo sie das Gras dann herkriegen, sind da korrekte Leute, irgendwelche Freunde oder so, die es weitergegeben haben vom Weitergegebenen, von da, von da, von da irgendwie, bis dann die Schwerkriminellen überhaupt erst mal dahinter stehen. Oder eben auch Leute, die halt selber was anbauen, ein bisschen weitergeben oder so. Das sind natürlich auch keine schweren Kriminellen. Deswegen denken viele, naja, das ist jetzt nicht so ein Drama bei Cannabis. Aber ich glaube, das wird eben unterschätzt. Auch weil viele denken, es ist eher ein Thema für Kokain und Co. Ja, es sind andere Drogen, wo die Kriminellen sich da irgendwie mit dumm und dämlich verdienen. Bei dieser Razzia sind eben neben den Waffen und 55 Luxuswagen, übrigens nebenbei bemerkt, 8 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden und 22 Tonnen Cannabis. Also kann natürlich sein, dass der Wert des Kokains dann letztendlich doch größer ist, obwohl die Menge deutlich kleiner war, weil der Grammpreis höher ist. Trotzdem zeigt die ganze Aktion, dass eben Cannabis einen erheblichen Teil der Geschäfte solcher Leute ausmacht. Und ja, bei den Leuten ist dann eben auch kein Wunder, dass die dann irgendwie kein Problem mehr mit haben, den europäischen Markt mit Chemiedrogen zu überschwemmen und da eben auch, ja, arglose Konsumenten, die denken, sie rauchen jetzt nur Handflöten irgendwie, ja, denen das unterjubeln und Hauptsache Gewinnmaximierung. Und auch die Kartelle in Mexiko sind mit Gras groß geworden. Damit hat alles angefangen. Damit haben sie sich zu dem Monster entwickelt, das jetzt den ganzen Staat zerrüttet in Mexiko. Da waren gerade Wahlen in Mexiko. Da sind viele aus bekanntermaßen Vertreter der Drogenkartelle als Kandidaten aufgeschlagen. Ja, die, die haben sich da wählen lassen. Und auf der anderen Seite, die, die nicht mitspielen wollten, die sind über 100 Kandidaten sind in Mexiko im letzten Wahlkampf umgebracht worden, ja, weil die irgendwie da gegen die Kartelle waren. Unglaublich. Also so kann eine Demokratie natürlich nicht mehr funktionieren. So kann Staatswesen nicht mehr funktionieren. Da ist man halt eine Kartellokratie oder so. Ja, und Anfänge davon haben wir ja natürlich jetzt letztendlich in Deutschland auch. Übrigens im Mai gab es eine Meldung dazu. Die habe ich dann nicht mit reingenommen mit den News. Ich habe nur überlegt, irgendwie bringe ich das jetzt oder nicht. Da ging es tatsächlich weniger noch um Cannabis. Da habe ich gedacht, naja, gut, machst du das mal nicht. Ja, hast schon so viel Narko-Zeug erzählt in letzter Zeit. Aber da haben die halt davor gewarnt, ganz konkret, dass mexikanische Kartelle jetzt eben auch in Europa Fuß fassen und hier die Drogenmärkte aufmischen. Zum Beispiel eben auch in niederländischen Meth-Laboren, also Crystal Meth, Meat Amphetamine am Kochen sind. Die mexikanischen Drogenköche da, Breaking Bad lässt grüßen. Also so völlig entfernt ist die Idee eben auch nicht, dass sowas eben auch hier rüber schwappen kann, abgesehen von den ganzen Gangs, die halt schon hier sind, ja, von Rockern über alle möglichen Mafia-Organisationen und so weiter. Ja, also aber vielleicht muss man dieses Beispiel dann eben mit dem mexikanischen Kartell mal bringen, die jetzt auch noch nach Europa kommen, damit wirklich alle verstehen, dass auch das ein wichtiges Argument für die Legalisierung ist, denen diesen Markt wegzunehmen. Erinnert ihr euch noch an dieses Weiß-Video zu synthetischen Cannabinoiden und diesen Dealer aus Gießen, der sich Banks genannt hat, der dann da eben erzählt hat, wie stark verbreitet synthetische Cannabinoide auf dem Markt unterwegs sind, wie das eben auf normales Cannabis aufgetragen wird, wie gerade eben im europäischen Drogenbericht auch schon erwähnt, der selber auch eine Menge davon verkauft hat und der dann angekündigt hat, dass er damit aufhört, weil ihm das nicht mehr gefällt irgendwie mit der Chemie und so. Ja, der ist jetzt von der Polizei erwischt worden in Gießen. Da war auch viel Aufregung in Gießen. Das Video war so erfolgreich, haben anderthalb Millionen Leute gesehen. Ganz Gießen hat nur noch über Banks geredet und diesen Dealer da und so, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da war die Polizei natürlich hinterher und die haben den gekriegt. Und die haben auch einen Haufen Gras beschlagnahmt. Also bis jetzt hat er scheinbar nicht aufgehört zu dealen, weil er ja eigentlich vorhatte. Und ich weiß auch nicht so recht, was ich von der Festnahme halten soll. Ja, ob ich da jetzt Mitleid habe oder nicht. Ja, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, wie viele, die kommentiert haben diese Geschichte. Einerseits war er natürlich mutig, um Leute zu warnen und so weiter, um die Geschichte mal irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen und so mit dem ganzen gestreckten Gras. War auch, glaube ich, der Durchbruch, ja, sag ich mal, im Bekanntheitsgrad dieses Problems. Und auf der anderen Seite hat er ja selber irgendwie jede Menge Kilos davon unter die Leute gebracht. Ja, und er ist Teil des Problems. Insofern sagen auch viele, ja, gut, dass er weg ist, sozusagen. Ja, und damit ich mehr weitermachen kann, kann ich beides gut nachvollziehen. Jedenfalls dachte ich, das interessiert einige von euch hier, weil bestimmt 99 Prozent von euch hier, von den DRV-News-Zuschauern, auch dieses Video gesehen und diskutiert haben. Mehr dazu, Link in der Videobeschreibung zum Gießener Anzeige, glaube ich, war es, die Geschichte groß rausgebracht hat. Nochmal zum Schluss nach München. Krasse Geschichte, die unsere Ortsgruppe in München, die DRV-Ortsgruppe bekannt gemacht hat. Eigentlich sogar die krasseste Polizeiaktion gegen eine Patientin, von der ich je gehört habe. Und vielleicht sogar die krasseste Aktion überhaupt gegen eine einzelne Konsumentin, ja, auch nicht nur Patientin, sondern auch, ja, überhaupt wegen Cannabis. Unglaubliche Nummer. Die Frau geht in München regelmäßig vor die Tür, um ihre Medizin einzunehmen, also zu rauchen, damit sie es nicht vor ihrem Kind machen muss, zu Hause in der Wohnung. Und da sind sechs Polizeibeamte gekommen und haben die von hinten überwältigt, ja, so Robocop-mäßig. Und die ist in die Notaufnahme gekommen und dann sind ihr mehrere derbe Prellungen attestiert worden. Wir haben noch Bilder davon, ja, unglaublich. Und die Frau hat Cannabis ausgerechnet eingenommen gegen eine posttraumatische Belastungsstörung. Die war also sowieso schon ängstlich unterwegs, ja, oder hat irgendwie sich nicht befreien können von einem traumatischen Erlebnis. Und dann diese Geschichte, ja, also die kriegt jetzt Panikattacken jedes Mal, wenn sie da am Ort des Geschehens vorbeigeht. Und ein Passanten, der das Ganze gefilmt hat, hat die Polizei das Handy weggenommen und hat den Passanten abgeführt dann, ja, also super schräg. Und diesen Zeugen, der das Video gemacht hat, den sucht die DAV-Ortsgruppe jetzt übrigens, ja. Also wenn der Zeuge hier jetzt gerade zuschaut oder irgendwen, den kennt zufällig hier oder so, die Ortsgruppe München würde gerne Kontakt mit dem aufnehmen, um mal zu sehen, ne, ob man da irgendwie Zeugenaussagen-mäßig nochmal was machen kann, irgendwie. Also sechs Polizisten, die eine Frau von hinten überwältigen, weil die einen Joint raucht, das ist ja wirklich eine irre Geschichte. Und völlig egal jetzt, ob die jetzt legal unterwegs war, ja, als Patientin darf die das, ja, da darf die da rumlaufen und irgendwie Gras rauchen. Das sollte die Polizei auch wissen, dass das zumindest die Möglichkeit besteht. Aber selbst wenn es nicht so gewesen wäre, ja, ist da trotzdem eine krass überzogene Aktion. Und, ja, ein Skandal eigentlich, ja, verstehe ich. Also da müsste jetzt eigentlich das Innenministerium in Bayern, da müsste die Typen sofort rausschmeißen oder so. Waren wohl Polizisten aus Dachau? Fragt man sich auch, wieso zum Teufel sind Polizisten aus Dachau zu sechs in München unterwegs, um da eine einzelne Kanadispatientin zu verkloppen, ja, sind die total am Abdrehen. Und fragt man sich auch, ob die genauso mit ihren Kollegen umgehen, die halt in München massenhaft 20, 30 Polizisten in München in Drogenskandale verwickelt sind, die selbst Drogen genommen und vertickt haben und aus der Asyltenkammer geklaut haben und so weiter. Sollen die sich doch mal gegenseitig verhauen da. Und ist natürlich kein Zufall, dass ich die Geschichte jetzt zum Ende bringe, ne, Ortsgruppen immer aktiv und so. Jetzt kommen nämlich die Termine mit vielen Ortsgruppenterminen, wo es sich dann nicht lohnt hinzugehen, um Zeugen zu suchen zum Beispiel, ja, und sich einzumischen in die öffentliche Debatte. Regensburg, da trifft sich die Gruppe am 13. Juni, in Braunschweig am 14. Juni, dann in Heidelberg 15., Hamburg 15. Juni, Mannheim 19. Juni. Das ist ein Infostand in Mannheim, der erste Infostand, alles andere sind Online-Treffen. Dann haben wir Oldenburg, kommt auch nicht so oft hier, Oldenburg, wieder nach oben hier, geht wieder los, ne, nach Corona-Aktion und so. Online-Stammtisch in Oldenburg 21. Juni, Heidelberg 22. Juni und in Hamburg nochmal, die treffen sich am häufigsten 22. Juni und das war's für heute. Like dieses Video, abonniert den Kanal, auf zu 190.000 und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Ludwig 21. Juni, Heidelberg 22. Juni, Heidelberg 26. Juni, Heidelberg 22. Juni, Heidelberg 23. Juni, Lüberg, 12. Juni und Park. …Leismann 22. Juni, Trez vampire 23. Juni, Heidelberg 22. Juni, Heidelberg 1.的人